Der heutige Mixedcast wird euch von VR Direct präsentiert, der Virtual Reality-Lösung für den professionellen Unternehmenseinsatz. Als Technologiepartner bringt VR Direct Innovation und Prozessoptimierungen in dein Unternehmen und macht es fit fürs Metaverse. Als Metaverse wird das kommende 3D-Internet bezeichnet, das dann virtuelle Realität wird, wenn wir in unserem digitalen Alltag mehr VR und AR nutzen als traditionelle Medien. Unternehmen, die sich jetzt schon damit beschäftigen, erarbeiten sich einen Vorsprung vor der Konkurrenz. Wenn das Metaverse da ist, sind VR-erfahrene Unternehmen Metaverse Ready, ähnlich Unternehmen, die vor dem großen Internet-Boom bereits ihre erste Webseite online hatten. VR Direct legt besonderen Wert auf Zugänglichkeit und Nutzerfreundlichkeit der Tools und Angebote. Als Software-Plattform eignet sich VR Direct für die abteilungsübergreifende Umsetzung vieler VR-Anwendungsszenarien ohne Programmierkenntnisse, von Trainings über virtuelle Touren bis zu einmaligen VR-Erlebnissen fürs Marketing sowie tollen Live-Events. Vereinbart gern ein unverbindliches Beratungsgespräch. Die Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung oder direkt auf vrdirect.com. Hallo und herzlich willkommen zum Mixed Cast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Ausgabe viele, 304, also ich muss nachgucken, ich muss immer nachgucken, ich verstehe das nicht. Jede Woche machen wir dieses Ding und man kann es, oder? Es ist wirklich, es ist wirklich schlimm. Und wir haben den Ben am Start, ich grüße dich, wir haben den Brozef mit dabei. Guten Tag. Und der Grund, der Grund für diese famose Runde, ja, das hast du verursacht, Brozef. Also wir werden heute einheitlich über die Qualität von VR-Spielen sprechen, das heißt also alle Personen, die nicht zocken, sollten jetzt ausmachen. Oder, oder, aber ihr bleibt dran und erfahrt heute, wo für uns die Geheimnisse der Interaktivität in VR liegen. Und nehmt dieses weise Wissen mit und macht dafür, ich weiß nicht, supergeile interaktive Business-Anwendung, weil hier liegt das Gold. Oder? Ey, unvorbereitet einfach so aus der Tüte heraus eröffnet, finde ich mega. Sehr schön. Mega geil, oder? Ja, ist doch, also ich finde, das darf man auch mal loben. Kannst du dich als Marketing-Manager irgendwo einstellen lassen? Ja, die sind auch rar gesät, also die sucht man händeringend, weil da gibt es, so Laberköpfe gibt es nicht so viele. Gibt es nicht so viele. Nein, also. Back to topic, Brozef hat einen Artikel geschrieben auf Mix.de. Und zwar hast du einen Test zu Peaky Blinders geschrieben. Für alle Leute, die diesen Test wahrscheinlich nicht gelesen haben, weil ich hätte tatsächlich nicht draufgeklickt, weil ich habe in Peaky Blinders nichts am Hut, aber ich mag deine Tests und deswegen habe ich ihn gelesen, weil ich weiß, sie sind, sagen wir mal, fundiert. Sie lesen sich so, ja. Und er war, und er war, er war interessant, ja. Ja, hatte auch ein interessantes Spielerlebnis, muss ich dazu sagen. Also, Begeisterung hat es nicht gerade ausgelöst. Also Peaky Blinders ist das Lizenzspiel zu, eine Netflix-Serie ist das mittlerweile, glaube ich, ne? Es ist ursprünglich eine BBC-Serie, aber bei uns läuft es auf Netflix seit, ja, immer schon. Und warum bietet sich diese Lizenz theoretisch so an, weil man da Leuten die Köpfe einschlägt? Ich frage mich das grundsätzlich auch, warum man ein Spiel zu Peaky Blinders macht. Ich meine, es ist, ja, es ist unbestritten, es ist eine gute Serie, aber ob es, ich habe es auch im Test schon geschrieben, ob die Fanbase von der Serie so groß ist, dass es ein Spiel rechtfertigt und das dann auch noch in VR. Naja, gut, fairerweise, also ich meine, um das Thema kurz abzuschließen, meiner Meinung nach, fairerweise muss man sagen, so, vielleicht sind solche Lizenzen auch gerade einfacher zu bekommen, ja, als irgendein mit Disney, Marvel, sonst irgendwas Lizenz, ja. Und ich meine, es gibt schlimmere Lizenzgurkenspiele wahrscheinlich, also, oder ähnlich schlimmere. Iron Man VR zum Beispiel. Ähnlich, genau, ja, oder auch, ich meine, ihr beide kommt ja genau wie ich aus dem Gaming-Sektor, jetzt bin ich da nicht zu Hause, ihr beide schon, aber da gibt es ja auch eine Lizenzgucke nach der nächsten, was am Ende ein stupides Spielprinzip ist, was am Ende nur dadurch existiert, dass es eine Lizenz hat. Also, ich persönlich erinnere mich an mein Game-Highlight, das war das Matrix-Spiel damals, was parallel zu den anderen beiden Filmen damals rausgekommen ist und ja Kanon war, also das Spiel hat eine Side-Story erzählt zu den Matrix-Filmen von Niobe, hieß die Charakterin. Und das Spiel war so richtig schlecht. Leck mich am Arsch, das war so, und im Nachhinein, sowas kommt ja immer später dann raus, so richtig zusammengezimmert unter dem größten Zeitdruck mit einem Haufen aus, ganz, also, so. So, und trotzdem habe ich dieses Spiel aber gut in Erinnerung behalten, weil ich halt ein Riesen-Matrix-Fan bin, ja, für mich war das, ich wollte das alles nicht hören, lalalalalalala, ich möchte dieses Spiel spielen, die Story, man spielt das doch wegen der Story und bla bla bla. Vielleicht geht es Piggy-Blindern-Fans ja genauso, weil eine Magie, die VR ja immer wieder mit sich bringt, ist, in erster Linie kann ich das erste Mal so Schauplätze besuchen, die ich aus dem Film kenne, in VR. Ja, vielleicht reicht das ja manchen Leuten schon. Und aus deinem Test zumindest nehme ich ja heraus, also, an der Grafik lag es jetzt nicht durchgehend, die ist okay. Die ist, die ist okay, das stimmt, es ist auch, ich habe auch am Anfang, habe ich ein bisschen gestaunt, weil es eigentlich diese Atmosphäre von dieser, ja, dieser Industriestadt, dieser düsteren im Nachkriegszeitalter relativ gut eingefangen hat am Anfang eigentlich, diese nebelüberhangene, düstere Stadt. Nur, das Problem ist halt dann, wenn du dich so ein bisschen durch diese Kulissen schleichst, ist das, es wirkt es halt einfach nicht mehr als irgendwie so eine Pappkulisse, da ist nichts los, da sind keine Charaktere. Wenn dann mal welche da sind, sind die absolut, ja, tot, die starren dich, starren durch dich durch, bewegen sich ganz, ja, hölzern und es ist dann auch technisch nicht mehr, nicht sonderlich ausgereift gewesen. Also, da gibt es mehr so kleine Problemchen. Wenn ich ein Peaky Blinders Fan wäre, wäre ich enttäuscht. Also, am Anfang ein bisschen, wow, jetzt bin ich in der Taverne, sieht alles bekannt aus, aber es ist dann doch recht mau im Gesamteindruck. Also, das wäre für mich kein Kaufgrund. Der eigentliche Auslöser für diesen Podcast und für das Thema dieses Podcasts war aber dann dein Endfazit. Du hast am Ende geschrieben, alles irgendwie schon gesehen, nichts Neues dabei. Also, ich erinnere mich an so repetitive Spielmechaniken, die dich nicht wirklich abgeholt haben. Oder selbst wenn man da mal eine Szene hatte, in der dann halt irgendwie rumgeballert wurde, war das nie so wirklich nachvollziehbar, woher diese, was da für eine Spieldynamik jetzt gerade existiert. Also, vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz zwei, drei Worte zu sagen und dann können wir anfangen, inhaltlich zu werden über das, was wir heute vorhaben. Genau, also diese Action-Sequenzen bei Peaky Blinders, das ist halt 0815-Geballer. Also, du bist im Endeffekt immer in so einer kleinen Arena-artigen Gebilde. Meistens sind da irgendwie große Kisten oder sowas und du bewegst dich quasi von Munitionskiste zu Munitionskiste. Du kannst keine Munition aufheben oder sammeln, sondern du bist immer nur angewiesen darauf, dass du zu einer Kiste kommst, wo du dann dein Magazin an die Pistole legst, bewegst, wie auch immer. Also, das ist nicht wirklich nachvollziehbar, dass du das Magazin einschieben müsstest. Moment, warte mal. Also, man hat sich quasi die Aktion gespart, das Magazin aufzuheben und reinzuschieben, sondern ich halte meine Knarre so an die Kiste dran oder was? Nee, du nimmst das Magazin und hältst es dann so an die Gnade. Also, das flutscht dann irgendwann rein, wenn du Glück hast. Das ist auch wieder ein bisschen unpräzise, das Ganze. Genau, fummelig ist, da ist alles fummelig. Das ist richtig, das ist genau das richtige Wort. Und dann bist du halt an diesen Stellen, wo diese Munitionskiste ist und dann hast du vor dir meistens links, rechts, vorne, wenn du auf einer mittleren Ebene bist, nach unten oder oben, so Spots, wo immer wieder so dumpfe KI, Gangster daherkommen, die die immer gleichen Bewegungen machen, der einfach nur darauf warten, bis sie abgeknallt werden. Also, das ist ganz stumpfes Rail-Shooter aus den 90ern. Ideenloses Gameplay mit technischen Schwächen, hast du es genannt. Genau. So ist es. Und Rätsel-Design haben wir dann auch. Das gleiche Problem ist quasi nicht vorhanden. Also, du musst bestimmte Dinge finden und die stolperst du automatisch drüber, wenn du im Levelschlauch von A nach B läufst. Das ist ermüdend einfach. Gut, also ich meine, wenn ich natürlich, also es ist so, auch dein Test war für mich schon ein emotionales Auf und Ab, wo ich auch dann, okay, eine Sammelaufgabe zwingt mich, Gott, ist ein hartes Wort, Kofferradius zu reparieren, alles klar. Aber das Potenzial dahinter klingt ja erstmal gut. Nur spreibst du doch direkt weiter, ich muss den Deckel öffnen und eine Sicherung einsetzen, die meist direkt daneben liegt. Okay. Okay. Und das machst du dann 25 Mal? Das ist natürlich bitter. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Eine Frage, was mich hier in dem Zusammenhang interessiert, gerade bei solchen Spielen, die, sage ich mal, vielleicht auch technisch nicht unbedingt glänzen, gibt es da die Möglichkeit, dass es dann eben halt von der Story her, von der Atmosphäre, von den Charakteren her leben. Wie ist das dort? Das hilft dem Spiel auch nicht viel weiter. Die Charaktere sind eher flach. Sie wirken einfach viel, also sie wirken nicht. Sie haben keinen Charisma, was auch immer. Die einzigen beiden, die ein bisschen herausstechen, sind eben die Shelby-Brüder, weil die sind auch von den Original-Schauspielern gesprochen. Da kommt ein bisschen mehr rüber. Tom Shelby siehst du aber fast nie. Der hat eine Szene. Das ist auch sehr direkt am Anfang. Da wirkt das Spiel dann auch auf dich und du hast das Gefühl, hey, hier könnte was Spannendes entstehen. Lässt dich dann aber eigentlich ganz schnell fallen. Also eigentlich, also sie verballern so ein bisschen das komplette Pulver direkt am Anfang mit der geilen Bar und sie holen dich da in so eine Stimmung rein, wo du denkst, alles klar heute, es kann losgehen. Das klingt ja, das fängt ja richtig gut an und kommen direkt mit den Charakteren um die Ecke und so. Okay, also wie gesagt, du hast deinen Test unter anderem auch damit auf, mit dem Satz eben aufgehört. Ja, ich kann in VR tatsächlich Schranktüren öffnen, Kurbeln drehen und Gläser anheben, anstatt nur einen Knopf zu drücken. Also im Vergleich zu Flat Games. Und dann kommt dieser Satz. Aber beeindruckt das heute noch jemanden? Mich jedenfalls nicht. Und da habe ich gesagt, Junge, es ist Zeit für einen Podcast, weil ich fühle das. Und das Interessante ist, was du gerade beschreibst. Ich könnte, Achtung, Triggeralarm. Ich könnte vieles davon nehmen und eins zu eins auf Horizon ziehen. Oh Gott. Okay, jetzt hast du mich. Na los, schieß los. Nein, nein. Mal gucken, ob das einfach nur Provokation ist oder ob da irgendwas dahinter steht. Es ist Unterhaltung für unsere Hörer und Hörerinnen und es ist Provokation, um den Ben auch mal aufzuwerben. Nein, aber pass auf. Also was ja so interessant an der ganzen Sache gerade ist. Wir sind einfach schon mittlerweile ziemlich lange dabei. Ja, leider. Ich würde manchmal gerne mein Gehirn löschen und würde mich einfach mal freuen, wenn ich so einen Titel spiele. Aber auch mir ist es einfach passiert. Und deswegen, wie gesagt, fand ich diesen Peaky Blenders Test so interessant. Weil ich mir überlegt hatte, wie sähe ein Horizon Test von Steiner aus. Und es ist einfach so. Ich mache dieses Spiel an und klar, es ist grafisch die absolute Oberbombe. Also man denkt sich natürlich, okay, wow, geil, jetzt geht's los. Und es hat für mich sehr wertvolle Lizenz. Ich liebe das Horizon-Universum. Und die erste Möglichkeit zu besitzen, dieses Universum A aus der Ich-Perspektive zu betreten und B auch mal eine Side-Story zu erleben, ist ziemlich interessant. Und für alle Leute, die jetzt vielleicht Angst haben, dass ich Spoiler, nein, lasst uns mal von mir aus nur bis zu dem ersten Teil sprechen, wo man dann Aloy trifft. Und was recht früh ist, es ist, ich würde sagen, die erste Spielstunde ist das der Fall. Also keine Sorge, keine Angst. Und vielleicht bis zum ersten Arena-Kampf so um den Dreh, dann spoilern wir auch nichts weg. Aber gefühlt ist es auch, also es ist, pass auf, ich zähle die Parallelen. Es wird am Anfang ziemlich viel Pulver verschossen, nur mit dieser Bootsfahrt. So diese Bootsfahrt, die du da bei Horizon machst, ist für mich gefühlt so die Messe-Demo, die es noch ins Spiel geschafft hat. Ja, da kommen wahllos einfach alle Tiere auf dich zugerannt. Du denkst dir, wow, krass, was geht denn hier ab, ey, da kommt der Langhals und hier kommen die Viecher und hier kommen. Und danach im Spiel krieg, siehst du diese Viecher nur noch homöopathisch. Ja, so dann, da ist von diesem Leben. Du konntest es vielleicht zu Ende spielen. Da ist von diesem, okay, touché. Aber der Schnitt ist trotzdem da, weißt du, du wirst halt danach in diese Berglandschaft geschmissen. Und ja, also es ist seltsam, es ist irgendwie seltsam. Ich meine, nichts, was jetzt aber für mich eine Spielewertung zerreißen würde. Wo es aber dann am Ende für mich so ein bisschen mäh war, war halt dann eben, ja, Trigger-Alarm. Es ist halt eine Mischung aus Climb und Rumballern, weil du hast halt diese Klettermechanik, die ich schon mittlerweile sehr oft gesehen habe. Aber, also ich meine, wir müssen an den Punkt kommen, wo wir sagen, ja gut, es ist halt keine Mechanik, sondern ich kletter halt. Das ist so, als wenn man sagt, ja, also in dem Jump and Run laufe ich von links nach rechts. Das ist jetzt auch kein Meilenstein in der Computerspiegelung. Ich muss das tun. Versteht ihr? Also passiert gerade Folgendes, was vor drei Jahren noch geil war, nämlich Climb. Und guckt mal hier, sie haben Klettern ziemlich geil umgesetzt. Darf jetzt einfach meiner Meinung nach keine Beachtung mehr geschenkt werden. Da kann man halt klettern, fertig. Thema durch. Und dann kommt dann das Schießen, dieses Bogenschießen. Mei, mei, also wie oft habe ich jetzt schon, Bogenschießen ist das Vorzeigeelement für VR-Spiele, weil du körperlich aktiv werden musst und mehr als eine Hand brauchst und halt auch mehr Ruhe hast bei dem, was du tust, als einfach nur wahllos da rumzuballern. Und irgendwie so, ja, das Setting passt natürlich auch und ich hätte auch nichts anderes haben wollen als einen Bogen, weil passt ja gut. Aber es ist so, ja, ist halt Bogenschießen gewesen und das war es halt so. Und am Ende trägt mich durch dieses Spiel die Story, die ich sehr schön finde, wenn auch deutlich belangloser als bei den Horizon-Teilen. Aber finde ich jetzt, tut dem Ganzen erstmal keinen Abbruch. Für mich ist es ein weiterer Happen aus dem Universum. Das ist quasi mein Fan, wie sagt man, mein Fan-Fundus, den ich da einfach mitnehme. Und mein Wunsch zu sehen, wie die nächste schöne Szene aussieht. Das ist das, was mich gerade durchs Spiel trägt. Aber nicht eine geile Game-Mechanik. Behertig? Ben. Ja, bitte, ja. Okay, ich sehe da mehrere Sachen, daran sehe ich problematisch. Und ich finde auch das, was du gerade gesagt hast, ist so ein bisschen symptomatisch für die Art und Weise, wie sich vor allem auch Gaming-Journalismus in den letzten zehn Jahren, möchte ich sagen, also seit ich dabei bin jetzt elf Jahre, mache ich das schon, entwickelt hat. Und ich bin auch selber nicht ganz frei von, muss ich natürlich auch ganz klar sagen. Aber es fehlt ganz viel Begeisterungsfähigkeit bei Personen, die sich viel und häufig mit Spielen beschäftigen. Das heißt nicht, dass man Sachen nicht natürlich kritisieren muss und kann und darf, also vor allem, wenn ich jetzt auf Peaky Blinders schiele, das klingt schon sehr, sehr stark fehlerhaft, also sehr, sehr technisch limitiert. Es klingt vor allem sehr stark danach, dass dort einfach eine Vision fehlt. Den Vergleich an dieser Stelle mit Horizon zu ziehen. Ey, ich weiß, dafür komme ich in die Hölle, ja. Ja, absolut. Also muss ich ganz klar sagen. Also das ist natürlich, das ist Äpfel mit Bieren auf der einen Seite. Es ist aber auch natürlich auch die Art und Weise, wie du Dinge gewichtest, finde ich ein bisschen schwierig. Natürlich ist der Anfang sehr darauf ausgelegt zu überwältigen. Er ist allerdings auch, wenn man das ganze Spiel dann sieht, er hat eine Stringenz. Also es erzählt von Anfang an etwas. Das heißt, auch die Viecher, die laufen da nicht einfach nur wahllos auf einen zu, sondern es hat schon seinen Sinn. Sie werden nämlich an dieser Stelle eingeführt und du triffst sie später irgendwann wieder und darfst sie dann auch gerne mal ein bisschen auseinandernehmen. Was die einzelnen Sachen angeht, also auf Mix haben wir so eine gewisse Regel, was VR-Spiele angeht, die wir covern können. Das hat auf der einen Seite natürlich viel mit Ressourcen und Zeit zu tun. Also es braucht viel Zeit, ein Spiel zu spielen, darüber ein Review zu schreiben. Das heißt, wir können längst nicht alle VR-Spiele, die uns angetragen werden oder die wir selber sehen im Store oder sonst irgendwo, reviewen. Warum nicht? Also wie gesagt, die zeitlichen Sachen sind natürlich ganz klar. Und dann haben wir uns einfach eine Regel gesetzt und haben gesagt, auf welche Spiele investieren wir unsere Zeit. Das eine ist natürlich klar, wenn es eine ordentliche Marke ist, die dahinter steht. Das zweite ist, wenn das Spiel etwas super Innovatives macht, was wir bisher so noch nicht in VR gesehen haben. Oder aber, wenn es etwas besonders gut macht, was es bisher gab. Und zwei dieser Kriterien sind für Horizon vollkommen korrekt. Das eine ist, es ist eine große Marke, eine bekannte Marke. Und der dritte Punkt, es macht Dinge ganz besonders gut. Wir haben sehr viele Spiele, die sich darum drehen, zum Beispiel einfach irgendwie Leute abzuknallen. Half-Life Alyx oder irgendwelche Viecher abzuknallen oder so. Niemand würde aber auf die Idee kommen und sagen, mein Gott, scheiße, schon wieder nehme ich eine Waffe und halte sie irgendeinem Typen oder irgendeinem Headcrap ins Gesicht und knall sie ab. Das macht keiner, auch wenn man vorher schon das x-mal in anderen Varianten gespielt hat. Sondern dann fragt man sich, ist der Spielflow gut? Fühlt es sich gut an? Das sind dann die Sachen, die dafür wichtig sind. Weil natürlich kann es sein, dass man sagt, okay, jetzt habe ich so lange so viele Shooter gespielt und so viele verschiedene. Ich habe einfach keine Lust mehr drauf. Okay. Aber das passiert ja auch. Genau, das kann ja passieren. Also ich meine, lass uns gerne das Shooter-Genre nehmen und sich da durchhangeln. Aber was du gerade sagtest, möchte ich gerne noch mit einer kleinen Nuance eben auffüllen. Natürlich ist es so, dass sich jeder Ego-Shooter auf der Basis selber spielt und natürlich ist es so, dass man, ich vergleiche jetzt mal die Climb-Mechanik und sage, dass die Leute da nicht mehr großartig drüber sprechen, dass man laufen, springen, sich ducken und strafen kann. Weil das einfach eine Game-Mechanik ist, die sich etabliert hat. Fertig. Da muss einfach nichts Besonderes mehr zu gesprochen haben. Damals gab es aber mal den Punkt, bei den allerersten Halo-Spielen, da sind dann diese Fahrzeuge dazu gekommen. Heutzutage würde kein Test mehr großen Wert darauf legen, zu erwähnen, wie geil es ist, in einem Ego-Shooter in ein Fahrzeug zu steigen und das zu fahren. Weil es einfach, ja, mittlerweile ein repetitives, wiederkehrendes Gameplay-Element geworden ist und es fällt eben dann nur noch auf, so wie bei Broseph in seinem Test, wenn es besonders schlecht umgesetzt ist. Und da bin ich bei dir, Horizon ist absolut polished und alleine das macht schon eine Menge Spielspaß aus oder auf der anderen Seite eine Menge Frust vor allem. Also, es ist ja so ein bisschen, wenn es gut ist, fällt es einfach fast nicht auf, weil es fühlt sich fluffig und flowig und geil an oder sowas. Und jetzt kommt aber mein Punkt. Was ich der Meinung bin, ist aber zum Beispiel, Shooter, die es auch heute in dieser Fülle aus Shootern schaffen, zu überzeugen, nehmen wir mal einen Half-Life Alyx, schaffen es aber eben mit ganz, ich würde nicht sagen Aufwand, aber mit ganz kleinen Elementen, einen riesengroßen Impact zu erzielen. Das war bei Alyx beispielsweise dieses Gravity-Ding, diesen Gravity-Handschuh, den du hast, wodurch ein sehr geiler Spielflow entstanden ist. Dann kommt natürlich noch hinzu, was Broseph gerade beschreibt, bei Peaky Blinders kommen Viecher auf mich oder Menschen auf mich zugelaufen in einer immer gleichen Animation, wo ich keine wirkliche Strategie brauche. Während ich bei Alyx automatisch dazu gezwungen werde, wenn ich in einen Raum reinkomme, den Raum zu checken und sehe, alles klar, um die und die muss ich mich gleich kümmern. Das da ist schneller bei mir als alle anderen, weil, oder wenn das vor mir steht, explodiert das, dieses Monster und deswegen löst das besonders viel Schaden aus. Und, ach verdammt, es gibt auch noch Headcrabs, die greifen mich als erstes an, ich kümmere mich erstmal mit meiner Handknarre um die Headcrabs, weil da brauche ich jetzt keine Gewehrmunition für verbrauchen oder sowas. Und das ist das, was den Spielspaß am Ende ausmacht, ja. Natürlich ziehe ich am Ende Waffen und Baller, aber es ist ja die Herausforderung dahinter, die eben auch so Spaß macht, die aber so herausfordernd sein muss, dass sie für mich als Mensch noch tragbar ist und nicht frustrieren wird. Oder aber die Herausforderung ist so, so repetitiv und so selten und so, so gering, so unerwähnenswert, ja, dass es sich am Ende so anfühlt wie bei Brosev, ich hab da halt meine Knarre und dann schieße ich auf den und auf den und ich weiß gleich genau, der bleibt an der Stelle stehen, weil das scheint der programmierte Spot zu sein, wo der Gegner dann halt eben stehen bleibt und auf mich schießt. Das ist das, was nervt. Das ist das, was, 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 was negativ auffällt. Und ich sehe halt auch, der große Unterschied zwischen Spielen wie Peaky Blinders und Half-Life Alyx oder Horizon ist, glaube ich, auch die Herangehensweise. Peaky Blinders kommt mir wirklich so vor, als hätte man in der Konzeptionsphase gedacht, was funktioniert auf Flat und was funktioniert auf VR und dann einfach das stumpf übertragen auf der absoluten Basislinie. Okay. Half-Life Alyx oder Horizon nehmen diese, geht zwar von derselben Basis aus, fügt dem aber dann neue Elemente hinzu, die dann auch wirklich das VR-Erlebnis verbessern. Und bei Peaky Blinders habe ich eben, habe ich ein stumpfes Action-Adventure mit einfachsten Mechaniken, einfach nur, da ist die Idee des Spiels, der Selling-Point ist, du bist im Spiel. Das ist für mich aber nicht ausschlaggebend, dass das dann auch Spaß macht, weil nur weil ich im Spiel bin, kann ich mich trotzdem unfassbar langweilen, weil die Mechaniken nicht funktionieren. Oder nichts losgeht am Ende. Bitte? Oder halt nichts passiert im Spiel selber. Oder nichts passiert, ja genau. Und VR-Spiele funktionieren eben am besten, wenn sie entweder von Grund auf für VR gedacht sind oder einen besonderen Kniff in bestehende, gute Spielmechaniken einbauen. Und das macht halt Peaky Blinders und so viele andere Action-Adventures in VR eben gar nicht. Und das möchte ich festhalten, Rosev. Diesen Satz möchte ich gerne festhalten, diesen besonderen Kniff, den möchte ich gerne festhalten, weil ich finde, das kannst du genauso gut auf Flat-Games beziehen. Also das sind die Spiele, von denen man etwas hört, ja. Entweder sie sind absolut umfangreich und absolut, ich hab's nicht gespielt, aber nehmen wir mal das Harry-Potter-Spiel als aktuelles Beispiel. Ich glaube nicht, dass da ultimativ viele Elemente drin sind, die das Spielgenre neu erfinden. Aber die Kombination und die Art und Weise, wie es umgesetzt wurde, scheint ja sehr stimmig zu sein und auch den Leuten sehr viel Spaß zu machen, auch sich in dieser Welt zu bewegen. Okay, man hat eine lebendige Welt. Also es ist immer so eine Säulenwertung, aus der man da spricht. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu VR, wo ich sage, okay, wir haben zwei Sachen gerade, die passieren. Wir haben zum einen Leute wie uns und Leute wie unsere Leserschaft, die schon sehr lange wahrscheinlich dabei sind. Und jetzt kommt aber mit der PS4R2, so unsere Hoffnung, eine große neue Crowd an VR-Spielenden dazu, die ja mit Sicherheit erst mal den Kopf weggeblasen bekommen bei solchen Spielen wie Horizon. Was ja absolut korrekt ist. Wir, du und ich, Broseph, der Ben nicht, der Ben ist einfach zu begeistern, aber du und ich, wir erkennen wiederkehrende Elemente und sagen, hm, der Arena-Kampf. Der Arena-Kampf zum Beispiel war so ein Moment, wo ich dachte so, ah, eigentlich nice, eigentlich geil, wie sie schnell ist, wie sie dieses schnelle Gameplay, was man von Horizon kennt, doch irgendwie ganz geschickt versucht haben in VR zu transportieren. Weil, das war meine größte Frage, wie kriegen sie diese hochdynamischen Kämpfe aus dem Flat-Game plötzlich nach VR transportiert. So, trotzdem ist für mich halt, aber da bin ich dann vielleicht auch einfach zu hart, Nerd, trotzdem ist für mich natürlich in der Beigeschmack geblieben, wo ich gemerkt habe, ja, die Viecher sind jetzt aber auch nicht so agil wie am Ende im Flat-Spiel. Aber egal, blenden wir das mal gerade kurz aus. Worauf ich hinaus wollte ist, worüber ich mit euch sprechen wollte, wie kriegen wir jetzt diese ganzen kleinen, oder welche Spiele und welche Kniffe sind das in Zukunft, die uns überzeugen? Worauf haben wir Bock? Ja, und was bedeutet das auch für die ganzen Studios draußen, was da jetzt zu leisten ist? Weil, ich glaube, die Kurve an repetitiven Spielelementen, die geht schnell nach unten für die Leute. Die werden schnell feststellen, schießen, ballern, Dinge schmeißen. Hm, das war's jetzt für VR? Da geht doch mal was. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind nicht der Benchmark für gute Spiele. Wir sind sehr, wir kommen sehr aus der Nische. Wir arbeiten sehr viel mit Virtual Reality. Wir haben unsere sehr vor, oder sagen wir mal auch viel natürlich aus Erfahrung, gewonnenen Einstellungen und Überzeugungen. Aber, und das ist genau der Punkt, Virtual Reality ist noch lange, lange, lange nicht so weit verbreitet, dass es auch nur ansatzweise dem, was zum Beispiel Flat Gaming ausmacht, geschweige denn Mobile Gaming, auch noch irgendwie das Wasser reichen kann, die, das heißt, die Leute, die jetzt mit der PlayStation VR 2 erstmals die Möglichkeit haben, Konsolen VR auf einem Level zu erleben, was wir schon kennen von PC VR, was wir kennen, wenn wir die Quest, wenn wir Quest-Streaming über PC machen oder teilweise auch von Quests spielen, das ist eine ganz neue Erfahrung und damit werden erst komplette Neulinge in VR geholt. Wenn wir jetzt sagen, okay, so ein hochproduziertes Spiel wie Horizon, naja, mein Gott, geklettert haben wir schon, mit dem Bogen haben wir schon geschossen, Feinde haben wir schon gesehen in diesen verschiedenen Größen, wobei ich mich grad an kein Spiel erinnern kann, wo die so beeindruckend umgesetzt sind. Und diese Rätsel sind jetzt auch nicht unbedingt alle so superschwierig. Und natürlich, was ich auch sehr gerne lese übrigens und jedes Mal grinsen muss, vor allem in der Hardcore-VR-Bubble, mein Gott, ich kann ja nicht alles aufheben, mein Gott, ich kann ja nicht alles anschauen, ich kann ja nicht alles drehen und jeden Stein, unter jeden Stein gucken, um darunter vielleicht irgendeine 3D-Möhre zu finden. Das sind, glaube ich, nicht die, das ist nicht die Messlatte. Wir messen sehr häufig an sehr, sehr hohen Maßstäben, die zum Beispiel gesetzt wurden mit Half-Life Alyx, was Interaktion angeht. Aber das macht ein gutes VR-Spiel grundsätzlich erstmal gar nicht aus, wenn ich alles anfassen kann. Sondern es geht, glaube ich, viel mehr darum, und auch die Länge zum Beispiel, die auch sehr häufig kritisiert wird, die auch sehr häufig von Videospiel-Journalisten kritisiert wird. Du meinst die allgemeine Spiellänge jetzt. Die allgemeine Spiellänge, also dass ein Spiel beispielsweise nur zwei Stunden lang ist, das ist bei MoS zum Beispiel unfassbar häufig kritisiert worden, bei eins und zwei. Und das ist kein Kriterium. Das ist für dieses Medium kein Kriterium, sondern das Kriterium muss sein, und das ist es immer, ist es ein gutes, insgesamt ein gutes Spiel, nutzt es Virtual-Reality-Mechaniken oder wie jetzt zum Beispiel bei Peaky Blinders, kopiert es einfach nur irgendetwas, was wir auf Flat haben und versucht es in die VR-Welt zu bringen, was natürlich grundsätzlich nicht gut funktionieren kann. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, Skyrim damals oder Fallout. Ich mag beide Spiele grundsätzlich, aber im Prinzip hat Bethesda nichts anderes gemacht, als die Flat-Spiele zu sehen, zu nehmen, sie in VR rein zu portieren, mit dem gleichen gruseligen Menü und dann darauf zu warten und zu hoffen, und das hat ja auch funktioniert, dass viele, viele, viele Mods daraus ein geiles Spiel machen. Was dann auch definitiv passiert ist. Glauben wir eigentlich an ein Skyrim PSVR 5, PSVR 2? Wir werden dieses Spiel nie mehr los. Wir werden es nie wieder los. Ich rechne fest damit. Aber, also, um den Gedanken vielleicht zu Ende zu bringen, was ich immer versuche, wenn ich Spiele teste, ist, einen Schritt zurückzugehen und nicht davon auszugehen, dass das, was ich erwarte von einem Spiel korrekt ist. Wie gesagt, ich feile da häufig genug, auch in meinen Tests. Wenn ich jetzt noch Tests lese, teilweise irgendwie von vor ein oder zwei Jahren oder so, würde ich mit dem Wissen von heute da nochmal versuchen, eine andere Perspektive reinzubringen. Manchmal komme ich auch in so einen Tunnel rein und denke mir dann so, mein Gott, warum habt ihr das nicht anders gemacht? Und gehe aber nicht diesen Schritt zurück und denke mir, was ist jetzt jemand, der ganz normal VR nutzt, als ganz normaler Mensch nach der Arbeit, nach der Schule oder so, der geht rein, möchte einfach ein schönes Spiel genießen. Bekommt er das? Bekommt er ein schönes VR-Spiel, das VR-Mechaniken gut nutzt, das eine ordentliche Atmosphäre bringt, das eine schöne Story reinbringt und wo ich danach rausgehen kann und sagen kann, Mann, das war schön, das hat mir Spaß gemacht. Genau, danke sehr, den Satz wollte ich haben. Den Satz wollte ich haben, das hat mir Spaß gemacht. Den wir brauchen. Und deswegen finde ich auch deinen Rant von vorhin ganz gut, was Horizon angeht, weil das ist so ein bisschen dieses Problem, was ich in diesen Bubbles sehe mit Leuten, die sich zu viel und zu sehr mit einem Thema beschäftigen. Und wie gesagt, ich bin da ganz selbstkritisch. Bei ganz, ganz vielen Sachen geht mir das selber noch so, dieser totale Tunnelblick, dass man nicht die Fähigkeit hat, sich wirklich noch für Sachen zu begeistern, die man natürlich schon ein paar Mal gesehen hat, aber in dem Moment einfach auch feststellen kann, Mann, das ist gut gemacht, das ist geil gemacht, das macht Spaß, so wie es ist. Und ich brauche hier nicht unbedingt noch das nächste Shishi und das nächste Bling-Bling, um daraus noch mal zwangsläufig so dieses ... Ich bin gezwungen, irgendwo was Neues drauf zu können. Eine Innovation zu sein, genau. Ich wollte, also du hast mir, ich bin selber schuld, aber ein bisschen hast du mir die Worte im Mund rumgedreht und das möchte ich kurz gerade stellen. Horizon ist ja für mich kein schlechtes Spiel, aber was mir einfach persönlich eben aufgefallen ist, ich hab hier diese privilegierte Situation, dieses neueste, superkrasse Headset vom Uranus hier liegen zu haben, um das sich gerade alle streiten oder über das halt heiß diskutiert wird. Ich hab das wahrscheinlich schönste, polischte Game seit Half-Life Alyx hier liegen. Und was ich aber gerade irgendwie zocke, sind dann ganz andere Spiele, die mir, und jetzt kommt wieder der Satz, die mir gerade Spaß machen. Ja, das ist, also zum Beispiel, ich habe gerade Garden, oder seit schon einem halben Jahr, Garden of the Sea für mich entdeckt. Für mich und vor allem für meine Kinder, die jetzt eben auch angefangen haben, deutlich mehr Zeit in VR statt an der Switch verbringen zu wollen. Was ich super finde, weil es ein Beispiel ist, wie sehr sie gerade dieses Medium halt eben auch interessiert. Und dieses Spiel funktioniert in einer völlig knuddeligen, rudimentären Low-Poly-Grafik, bei der ich aber eine sehr große, ruhige Interaktionsdichte habe. So ein bisschen, ich weiß nicht, ob jemand von euch mal Animal Crossing oder so gespielt hat, aber im Prinzip ist es das in VR. Ich hab meine Insel, da kann ich meine Blumen pflücken, da kann ich Dinge zu anderen Dingen kombinieren. Ich hab Sachen, die ich ... Ja, warte, Ben, warte, ich hab Dinge, die ich sammeln kann. Und diese Freizügigkeit, die dieses Spiel mir gibt, das ist das, was mir gerade Spaß macht. Ich mach dieses Ding an und dann denk ich mir, alles klar, jetzt suchst du mal alle Sachen zusammen, um dein Haus abzugraden. Weil dich nervt das gerade, dass du nicht genug Slots, nicht genug Materialslots hast, bla, 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 bla. Also fängst du das an. Oder auf der anderen Seite ist es aber dann auch vorher oder danach vielleicht noch zwei, drei Runden Pistol Whip. Ja, eine Levelstruktur, die du dir niemals in Ruhe angucken solltest, was aber auch nicht nötig ist, weil du wirst da durchgeheizt. Ja, sie haben die Stärken ihres Spielprinzips genommen und haben eben mir gar nicht die Möglichkeit gegeben, mich über schlechtes, blockartiges Leveldesign aufzuregen, weil das spielt für mich in dem Moment gar keine Rolle. Das Level ist zweckmäßig vorhanden, um diese Polygon-Menschen zu verstecken, die mich gleich angreifen wollen. Und das ist dieser Kniff, von dem wir ständig reden. Es ist ja zum Glück, muss man ja sagen, zum Glück haben alle Leute, die gerade in PSVR 2 mit PSVR 2 einsteigen, ich finde eine sehr schöne Wahl aus unterschiedlichen Spielprinzipien, die auch alle für sich genommen gut in VR funktionieren. Und wir sind uns alle im Klaren hier, wir werden nie in dieser Runde einen gemeinsamen Konsens finden, ein Problem, dass Spieletester auch haben, weil jeder Geschmack ist am Ende unterschiedlich. Nur, wie gesagt, und das war der Grund für mich, auch diesen Cast noch mal hier eben aufzuführen, mir ist aufgefallen, wow, warum vergammelt Horizon gerade nach anderthalb Stunden Spielzeit bei mir auf der Kiste? Und warum zieht mich das abends gerade nicht in sich rein und will gespielt werden? Was ist da los? Und da fange ich halt drüber an nachzudenken, weil ich halt für mich gemerkt habe, irgendwie alles schon gesehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das bei vielen, also insgesamt habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass gerade bei PSVR 2 Neueinsteigern dieser Umstieg von, da wird ein ziemlich großer Produzentsatz dabei sein, die jetzt keine VR-Erfahrung haben oder eben halt aus dem Flat-Gaming kommen und jetzt eine neue Erfahrung bei Virtual-Reality-Spielen suchen. Und wir haben ja beim Flat-Gaming seit Jahren eine Entwicklung zu immer größer, immer weiter, immer mehr, immer toller. Das findest du halt in VR so nicht und das müssen wir wahrscheinlich irgendwie mal in die Köpfe bekommen, dass wir das auch nicht finden sollten. Weil das, was Ben vorher schon angesprochen hat, die Länge ist überhaupt nicht entscheidend, es ist immer das Erlebnis entscheidend. Und bei Spielen wie Horizon zum Beispiel hast du eigentlich schon im Vergleich zu anderen dieses Größer, dieses Mehr, dieses beeindruckende Element. Da kommt aber gleichzeitig auch was dazu und das Ding ist anstrengend. Diese Reizüberflutung, diese ständige Bewegung, das kann auch dazu führen, dass viele sind arbeitstätig, haben einen stressigen Tag wollen auf Nacht, abends noch ein bisschen daddeln. Bogen schießen, klettern, schwierig. Streng halt noch mehr an. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass das ist vielleicht auch mit ein Grund, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, Kajak oder sowas gerade ein bisschen mehr durch die Decke geht, weil das einfach so ein bisschen dieses Ruhigere, dieses schöne Kulisse und so und ein bisschen weniger Bewegung. habe ich mir auch gekauft, habe ich 40 Minuten gespielt und dachte mir, alles klar, das ist mir dann nur noch mal zu ruhig, weil da kannst du nichts machen, außer rumpaddeln. Also grafisch natürlich absolut beeindruckend, aber ja, das war es dann auch. Du spielst einen sehr guten Punkt an, Josef, weil es ist genau das, was sich ja auch gerade interessanterweise in den Charts zeigt. Also auf Platz 1 Kajak VR, auf Platz 3 Horizon, also es scheint auch gut angenommen zu werden. Ist aber auch dabei, ist ein bisschen das wie Sports der PS4 2 gerade. So, genau. Jetzt hast du halt, du hast halt auch das Problem und das hatte ich übrigens bei Kajak auch. Also ich habe, glaube ich, fünf Minuten Kajak gespielt und habe gesagt, okay, habe ich alles gesehen. Ich habe zwei Welten ausprobiert und habe mir gedacht, okay, ich paddel hier lang. Okay, sieht nice aus. Feierabend, tschüss. Ich brauche jetzt nicht noch das Rennen auszuprobieren, um zu wissen, okay, ich mache trotzdem immer das Gleiche. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist oder dass es irgendwie ... Absolut. Also ich glaube, und so zeigen auch die Charts, offensichtlich findet das genau seine Zielgruppe. Und das ist dann vollkommen in Ordnung. Es macht etwas, was schon lange funktioniert und was wir auch schon x-mal hatten mit Paddeln und das gab es ja dann mit Covered Ops und so, gibt es das Ganze mit Kanu ja auch noch als Shooter und so weiter und so fort. Es macht etwas sehr, sehr gut. Und das begeistert Menschen. Mich begeistert zum Beispiel das Kajak überhaupt nicht. Mich begeistert aber Horizon schon alleine, weil es einfach so dieses ... Es hat dieses ... Boah. Diese ganze Welt immer wieder, und ich habe es jetzt auch mehrfach wieder angefangen, ich habe es durchgespielt, ich habe es auch schon zwischendurch wieder mal angefangen. Es begeistert mich einfach aufgrund der Qualität der Umsetzung, aufgrund dieser Welt, die du in dieser Form nirgendwo anders aktuell in einem Spiel bekommst. Du bekommst diese Weitsicht, diese wirklich sehr farbenfrohe, sehr satte Welt, auch dieses Gefühl, sich wirklich in einer Welt zu befinden, bekommst du nirgendwo sonst. Selbst Half-Life Alyx, und es ist wirklich ein sehr, sehr ... Ich liebe es, ich finde es grandios, aber es hat nicht dieses gleiche Gefühl vom Eintauchen in eine Spielwelt, wie man sie vom Flat Gaming her kennt. Wenn ich im Flat Gaming ein Horizon Call of the Mountain oder so anschmeiße und ich danach in Call of the Mountain reingehe, dann bin ich in dieser Welt. Das ist exakt das, was ich erwarten würde. Mache ich das bei Half-Life, ist das nicht so. Das ist nicht exakt das Gleiche. Ich weiß nicht, es hat vielleicht ein bisschen was mit der Sterilität zu tun, die bei Half-Life Alyx hat eine gewisse Sterilität aufgrund der absoluten Schärfe von allem etc. Wirkt auch immer noch ganz grandios, aber für mich ist der Level der Immersion durch das Worldbuilding bei Horizon noch einen Zacken besser gewesen. Und das ist das, was mich so ein bisschen, also was mich vor allem sehr, sehr stark begeistert. Natürlich, wir reden wieder über die Mechaniken, die sind nicht neu oder Ähnliches. Natürlich kann ich auch jeden verstehen, der sagt, mein Gott, ich hätte jetzt gerne komplette freie Kämpfe gegen da irgendwie so einen Robo-Tyrannosaurus, auch wenn ich nicht genau wüsste, wie man das umsetzen müsste. Und da muss aber dann wieder, und das ist, glaube ich, das Wichtige, da muss der Klick im Kopf entstehen. Und man muss sich überlegen, wenn da jetzt neue VR-Spieler hineinkommen in diese Welt und sie würden ein komplettes, freies, mit Teleportation oder wahlweise auch freier Bewegung gegen so einen Robo kämpfen müssen, wie man es vielleicht aus dem Flatgame stellt, die würden keine zwei Minuten mitmachen, die würden ausschalten, die würden das Spiel nie wieder anfassen. Ist klar, natürlich, ist klar. Ist klar, aber ich meine, dann lasst uns doch mal trotzdem versuchen, weil wir werden da am Ende uns, was das jetzt angeht, nur schwer einig werden, aber wo wir vielleicht mal zumindest einen persönlichen Ausblick jeder geben können, ist, was wollen wir denn für die Zukunft sehen? Also ist es mehr von dem, was wir schon haben? Oder seid ihr für euch schon an einem Punkt, wo ihr sagen könnt, nee, also ich glaube, da sind noch Potenziale, da sind noch Dinge, die hat man sich gerade vielleicht irgendwie, ja, jeder kommt vielleicht noch in ein Spiel an einen Moment, wo er sich denkt, wäre jetzt schön, wenn das und das noch ging. Und ich meine jetzt kein Stein umdrehen und eine Möhre finden, aber habt ihr für euch schon so ein bisschen definiert, wo eure Wunschreise fürs VR-Gaming hingehen sollte? Also ich hoffe, dass diese Überlegung, was können wir von Flat nehmen und nach wie abhacken, langsam versickert. Ich würde mir viel mehr wünschen. Es gibt zum Beispiel auch auf der Quest oder im App Lab Titel, die besondere Sachen machen. Wir haben das VR1 auf der Gamescom getestet, das mit Zeitsprungmechaniken experimentiert. Ich teste jetzt gerade Guardians Frontline für die Quest. Das ist eine Mischung aus Shooter und Echtzeitstrategie, wo du Perspektivwechsel machen kannst. Du bist entweder direkt auf dem Schlachtfeld oder gehst in die Top-Down-Ansicht und kannst dann deine Einheiten bewegen. Diese Spiele, die einen Mehrwert bieten, den ich nur in VR erreichen kann. Diese Überlegung würde ich mir wünschen, sollte immer im Fokus stehen und nicht, was funktioniert denn bei Flat und wie bringe ich das möglichst eins zu eins in die VR-Umgebung. Dass immer dieser Ich-bin-im-Spiel-Gedanke der Einzige ist, der als Selling-Point agiert. Das ist einfach zu wenig auf Dauer. Das haben wir jetzt in rauer Menge. Davon brauchen wir nicht mehr. Stimme ich zu, bis zu einem gewissen Grad. Ich bin ja ein großer Tabletop-Fan beispielsweise. Also ich würde es ganz grandios finden, wenn ich zum Beispiel ein Spiel wie, keine Ahnung, Pathfinder oder Divinity Original Sin, exakt so, wie es auf dem Computer ist, also sprich auf Flat ist, einfach in 3D vor mir auf einem Spielbrett hätte, wo ich das wirklich so Demeo-mäßig oder Ähnliches einfach dort spielen könnte. Oder wie Hellblade, Senua Sacrifice, gab es ja auch eine Tabletop-Ansicht, die ich ganz grandios fand. Die haben es übrigens auch ganz toll gemacht, damals schon. Da konntest du in die Third-Person-Ansicht eben schalten und zwischendurch, also wenn du wolltest, eben halt in diese Tabletop-Ansicht. Schon alleine die Möglichkeit, die Perspektive in bestimmten Situationen zu wechseln, fand ich grandios. Ich habe zwischen den Kämpfen in Third-Person gespielt und die Kämpfe habe ich selber in Tabletop-Ansicht gespielt. Grandioses Erlebnis. Sah ganz fantastisch aus. Also da kann man, glaube ich, ganz viel machen. Und wenn man etwas einfach von eins zu eins transportieren will, kann man das tun. Also man kann da wirklich eine tolle 3D-Atmosphäre schaffen, wenn sich das anbietet. Aber ganz grundsätzlich finde ich es natürlich auch sehr, sehr wichtig, einfach die Stärken von VR mit reinzubringen. Das ist Bewegung. Das sind natürliche Bewegungsmechanismen. Wobei, und da wieder ein Sternchen dran, auch nicht zu weit geht. Ich möchte nicht, dass es in Arbeit ausartet. Es muss eine Balance geben zwischen, es macht noch Spaß, aber es ist auch fordernd im Sinne der VR-Mechaniken. Es darf nicht zu dumm sein, es darf aber auch nicht zu viel sein. Also wenn ich anfangen muss, beim Nachladen zwölf Sachen zu machen, an die ich gar nicht denken kann, vor allem wenn es hektisch wird, dann bringt das nichts. Hast du Resident Evil 7 gespielt? Da ist es mir ein paar Mal so ergangen. Aber da musste ich sagen, okay, das gehört zum Spielelement dazu, dass man zitternd und unter Panik plötzlich seine Magazine aus dem Gürtel fischen, da reinbekommen, hinten noch ein Riegel muss, damit man weitermachen kann. Hat ja schon fast was Cooles, aber ich weiß, was du meinst, ja. Das kann ja auch, also ich finde sowas auch cool. Also wenn man dann auch merkt, man wird dann gekillt, gefressen, was auch immer und denkt sich dann so, mein Gott, einfach aus Panik habe ich die verdammte Waffe nicht nachgelagert. Bei Half-Life ist mir das auch passiert am Anfang. Aber Half-Life hat das so durchdacht gemacht, also da ist wirklich nach einer kurzen Zeit, hast du das so drin. Die Lernkurve, ne? Das funktioniert dann einfach. Magazin in die Luft geschmissen und mit der Knarre aufgefangen. Ganz genau, solche Sachen gehen und da sind wir wieder bei dem auch, da schließt sich der Kreis zu dem, was Josef vorhin gesagt hat mit Peaky Blinders, es ist nicht präzise genug. Das heißt also in VR ist es auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und ich würde sogar sagen, das ist vielleicht das Wichtigste an einer VR-Umsitzung noch überhaupt. Es muss unfassbar viel präziser sein. Es muss wirklich alles exakt passen, damit es Spaß macht. Sobald du ein-, zweimal irgendwo an irgendwas Blöde hängen bleibst, und das macht eine ganz andere negative Erfahrung, als wenn das Gleiche auf dem Flat passieren würde. Weil du dort drin bist, weil du es viel direkter, dieses Hemmnis mitbekommst. Und das prägt dich ganz anders, als wenn du einfach nochmal irgendwie mit einem Controller nach rechts und links klickst oder im VR eben halt nochmal den ganzen Nachladevorgang machen musst oder versuchen musst, das Gattertor aufzukriegen. Ich glaube, Präzision würde ich sogar noch ganz, noch viel weiter hochsetzen. Aber grundsätzlich stimme ich dir zu bei dem, was du gesagt hast. Das ist halt der Punkt, du investierst halt noch körperliche Bewegung in das Ganze. Du investierst selbst mehr als auf den Controller. Und das frustriert halt dann, wenn das nicht funktioniert. Wenn ich bei Wicke Blinders fünfmal in meine Westentasche fummeln muss, bis ich die Pistole irgendwann mal hier irgendwo erwische. Und das nicht einmal immer der gleiche Spot ist. Ja, exakt. Das ist schwierig. Das ist natürlich eine verkackte Spielmechanik. Aber das ist nochmal ein guter Punkt. Also danke, dass ihr fragt, was meiner Meinung nach in Zukunft passieren sollte. Kein Problem. Bezähl ich mich gerne. Es ist am Ende. Ich erhoffe mir, du hattest vorhin gesagt, Josef, dieses immer größer, immer weiter Prinzip. Und ich habe mir so ein bisschen dabei erwischt, wie ich gemerkt habe, ja, ich glaube, ich gehöre dazu, der das gerade in VR sich ein bisschen wünscht. Warum? Weil wir jetzt mit PSVR 2 erstmals die Möglichkeit haben, solche großen, lebendigen Welten, wie wir sie bei Horizon eben gesehen haben, zu betreten. Und ich gemerkt habe, wie sehr ich das vermisst habe. als Quest-Heini der letzten Jahre und das letzte Mal wirklich Alex gespielt zu haben. Wo ich mir dachte, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich, glaube ich, für mich festgestellt habe, ab jetzt möchte ich gerne tiefer ins Spielgeschehen eingesaugt werden durch eine glaubhaft dargestellte Welt mit einer Interaktion mit den Charakteren. Ich komme jetzt langsam am Punkt, ich merke, okay, vor diesen Personen zu stehen, auch wenn sie bei mir irgendwie gefühlt alle zu klein erschienen, ich weiß nicht, ob ich einfach für dieses Zeitalter, in dem es das Spiel groß gewachsen bin, vielleicht gehört das dazu, aber vor diesen Menschen in Horizon zu stehen und mit denen zu quatschen und diese, also du hast das ja auch in deinem Test geschrieben, Ben, diese Animation oder so, traumhaft. War einfach schön. Und da jetzt irgendwie noch eine Schippe draufzulegen und zu sagen, man erfindet vielleicht coolere Dialogsysteme, die sich vielleicht ein bisschen fluffig anfühlen, also quasi so das nächste Mass-Effekt in VR oder so was, weißt du, mit Leuten reden, Konflikte lösen, durch eine große Welt spazieren und ja, irgendwann heruntergebrochen ist es, sammel Gegenstand A auf und bring ihn zu Person B oder kombiniere auf dem Weg noch Gegenstand A mit Gegenstand B und schieß da dabei Gegner Z ab, weil der dir im Weg steht. Kann alles passieren, aber in Summe kommen wir da nicht drum rum, das ist in jedem Spiel so, nur wenn es sich cool anfühlt und glaubwürdig und ich da jetzt gerade als Problemlöser fungiere, dann ist das ja etwas, was mich dazu bringt, das abends nach meinem anstrengenden Arbeitstag anzumachen, weil ich möchte ja jetzt gerade der Held sein. Ich möchte ja jetzt gerade derjenige sein, der das Universum und die Galaxie rettet. Und hier möchte ich noch kurz abschließen, ist mir halt irgendwie eine Sache aufgefallen, die du gerade angesprochen hast, Josef, nämlich diese körperliche Aktivität. Und das ist ein interessantes Problem, mit dem ich zu kämpfen habe. Du hast so diesen Moment, ja, die Erde erschüttert. Oh mein Gott, das riesige Raumschiff greift uns an. Die Leute um dich herum haben Panik, schreien. Und dann kommt dein Companion, kommt an und sagt, verdammt, wir müssen hier den großen Kampf kämpfen und blablabla. Drückt dir das zehn Meter große Pulsriffle in die Hand und bam. Ihr könnt euch diesen Kamerafahrt aus jedem First-Person-Shooter vorstellen. Und bam, plötzlich bist du in der Action und drumherum explodiert für dich alles. Ich habe für mich immer wieder festgestellt, das hat in Flat für mich kurioserweise einen höheren Immersionsgrad als in VR. Weil in VR bin ich plötzlich dann die Tröte, die da steht mit dieser nichts wiegenden, zehn Meter großen, weiß ich nicht, Metallbrecherwaffe. Und da hoffe ich einfach noch, dass es da Momente geben wird, wo ich mich mitziehen lasse, dass ich jetzt gerade der super agile, krasse Held bin, der mit seiner Power-Rüstung durch eine Schlacht zieht und nahezu unverwundbar, weil mit Steroiden aufgepumpt, halt da jetzt die Aliens besiege oder sowas. Das ist irgendwie eine Sache, wo ich immer wieder feststelle, da hinkt's manchmal in VR. Mich jetzt als Christian, weil es ist immer irgendwie ich als Christian, der dann in die Action geschmissen werde, weil, naja, ich bin halt nicht John Wick. So, und wenn ich's nicht schaffe, mit Dual Welding links und rechts alles abzuknallen, was auf mich zuläuft, dann sterbe ich halt recht schnell. Ich empfehle eine Runde Superhot, dann ... Kann ich, also Superhot ist das super Beispiel dafür, wie geil diese dezente Spielmechanik funktioniert, dich eben genauso zu fühlen wie John Wick. Aber wie haben sie das gelöst? Naja, durch ein sehr geiles Zeitlupenrätsel. Aber natürlich, du stirbst viermal in einer Szene und das ist auch okay so, weil du kommst schnell wieder rein, du bist tot, schnell wieder rein. Und irgendwann kommt der Moment, wo du dich so geil fühlst, weil du dieses Puzzle gelöst hast, dass du den Aschenbecher nach links, die Vase nach rechts, dann weißt du schon, von rechts kommt, von links kommt jetzt die Waffe auf dich zugeflogen, weil der Aschenbecher hat deinen Kontrahenten getroffen. Also, das ist ein geiler Moment, absolut, Ben. Und den hätte ich jetzt halt gerne ... Das ist es, ich glaube, das ist es. Diese Kurve in Alex am Anfang zu verkacken und nicht zu wissen, wie schnell man nachlädt und zu spüren, wie man nach zwei Stunden aber zum absoluten Oberheld in dieser Welt geworden ist und die Magazine aus der Luft fangen kann. Und das Gleiche eben mit John Wick. Dieses Gefühl möchte ich in VR haben, weil wenn es dann mal da ist, ist es umso stärker als in Flat. Dann ist es umso stärker, wenn es denn dann da ist. Ich glaube nicht, dass das möglich ist, weil wenn du dieses Erlebnis haben wolle, erreichst, dann bist du körperlich in der Lage, diese Sachen zu tätigen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du stehst in einem Raum mit acht Menschen, die dich angreifen, wie du da reagieren sollst, dass du das in Echtzeit überlebst. Ich weiß ja nicht, Josef, wie du tickst, aber wenn ich, also ich weiß ja nicht, Josef, wie du tickst, aber wenn ich GTA gespielt habe, habe ich danach gedacht, alles klar, ich überfalle die nächste Bank. Läuft bei mir. Ja, weil du da Knöpfe hast. Nein, 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 Quatsch, alles gut. Ich weiß, was du meinst, aber das ist ja genau die Kunst, von der ich eben spreche, Spielmechaniken so zu entwickeln, dass sie mir das Gefühl geben, ich bin gerade der super agile Actionheld in meiner Story. Das ist ja das Coole daran. Und das ist in VR meiner Meinung nach eben ungleich schwerer als am PC, weil am PC kann ich einfach in die Haut des Master Chiefs schlüpfen und springe zehn Meter hoch durch die Luft, ohne dass mir irgendwas passiert oder sowas. Oder hangel mich von einem Sternenzerstörer durch den Weltraum zu dem nächsten. Und dieses Gefühl muss mit einem ganz genauen Auge in VR transportiert werden, weil sonst fühlt es sich doof an. Da sagst du aber noch mal was, und ich glaube, das ist vielleicht so ein Ding, wo wir noch mal ganz kurz drauf eingehen müssen, nämlich du vergleichst gerade 20, 25 Jahre Spielgeschichte und den Peak, den wir jetzt erreicht haben, mit einer Technologie, bei der die meisten Studios noch ausprobieren, wie können sie das überhaupt schaffen. Und wir sind klar, dadurch, dass wir uns den Gesichtskomputer vor die Nase schnallen und dann teilweise auch solche Erlebnisse haben, wie Half-Life Alyx oder Horizon, sind wir schon in gewisser Weise verwöhnt und sind dann sehr schnell dazu bereit, etwas mit einem Mass Effect 3 oder einer Mass Effect 3, einer Trilogie zu vergleichen und zu sagen, ja, aber da hatte ich das, da hatte ich das, da konnte ich das, da habe ich mich so und so gefühlt. Und ich glaube, diesen Weg, den müssen wir VR noch eine ganze Weile zugestehen, dass die Studios noch erst mal lernen müssen, genau das, was auch Josef gesagt hatte, nicht einfach nur flat zu kopieren, sondern die neuen Möglichkeiten, ein neues Medium für sich zu erfinden und dann eben genau das, was du gerade gesagt hast, eben immer diese überzeugende Umsetzung zu schaffen, dass ich mich in jeder Sekunde eines Spiels auch so fühle, wie es vielleicht von der Story oder von der Umgebung vorgegeben ist. Da glaube ich, und da möchte ich den Kreis zu dem schließen, was ich am Anfang kritisiert habe, dass nämlich sehr viele Gaming-Journalistinnen und Journalisten eben diese Differenzierung nicht mehr hinbekommen und nicht mehr sagen können, wo stehe ich hier eigentlich, mit welcher Technologie und wie muss ich das gegeneinander gewichten. Ich kann nicht hingehen und kann sagen, ich vergleiche ein Witcher 3 mit Horizon oder ähnlichen Geschichten, weil das einfach nicht zueinander passt, weder von der Geschichte noch von der Technologie. Und ich muss immer schauen, was soll eine Software, was soll ein Spiel, was soll eine App jetzt aktuell in Verbindung mit der Hardware und den Möglichkeiten, die dort gegeben sind, bewirken. Und macht es das in diesem Moment gut? Und dann können wir hingehen natürlich und sagen, okay, und in die Zukunft, und da bin ich wieder ganz bei dir, ich wünsche mir natürlich exakt diese ganzen Welten und all diese Dinge und größer, schöner, weiter. Und ich finde es grandios, dass wir auch über solche Sachen wie Horizon gesehen haben, dass sowas immer mehr möglich wird und dass auch die Studios sich immer mehr in diese Richtung entwickeln. Aber ich glaube, das wird noch Zeit brauchen, bis auch wir alte VR-Nerds und Veteranen immer wieder sagen, boah, wie schön ist das denn, wie großartig, wie perfekt. Schönes Schlusswort. Ich bin gerührt. Ja. Also du wirst deinem Namen, den du dir heute hier bei uns in unserem Podcast-Tool gegeben hast, Ben, auf jeden Fall nicht gerecht. Ich bin leider nicht dein Albtraum geworden. Du bist heute nicht mein Albtraum. Nein, überhaupt nicht. Ich arbeite an mir. Gut. Also, dann zocken wir mal weiter fleißig. Ich nehme den Cast auf jeden Fall zum Anlass, dass ich Horizon endlich mal beende, weil sonst kann ich mir ja gar nicht hier die Blüsse geben, noch weiter solche Casts mit euch zu machen. Das ist ja schon ein Armutszeugnis, mich hier als Experte hinzustellen und diesen Titel nicht mal zu Ende gespielt zu haben, sondern mich stattdessen, ich habe dein Schmunzeln gesehen, Ben, mich stattdessen in das Garden of the Sea den Gärtnern hinzugeben. Ich spiele übrigens neulich wieder Autorennen, also GT 7, das ist überhaupt mein Go-To-Teil. Aber gut. Also von daher. Gut. Ich bedanke mich für die Runde. Hat Spaß gemacht. Und, ja, Joseph, bis zum nächsten zerreißenden Test, der, das muss man fairerweise sagen, der hoffentlich noch lange auf sich warten wird. Ja, hoffentlich. Ich bin jetzt wieder bereit für Gutes. Da haben wir am Ende alle mehr von. Je weniger du hier im Gas bist sozusagen. Das ist vielleicht nicht die beste Verabschiedung. Geht so. Danke sehr. Ciao zusammen. Ciao, ciao. Servus.